Okay, letzte Versuch auf einer absoluten Lieblings-Map, wie es so aussieht. Nehmen wir nochmal... Wow, was geht ab mit dem Namen da? Leopard... What? Leopard Bullshit? I don't know. Nehmen wir von mir aus nochmal... nochmal die hier. Komm. Hi! Oh, was ist grausam. Hey, ob was ist grausam? Oh. Oh nein, Aktor. Oh nein. Jetzt dürft ihr euch freuen auf... Oh. Es ist ja... Hier. Team Deathmatch. Jetzt dürft ihr euch freuen auf viel Aktor. Ich spamme und wow, ich hänge irgendwie fest. Berry Leggy. Was für ein Berry? Ach so, verstehe. Yeah, Leopiter. Ach ja. Oh Gott, Alter. Diese Frame-Jobs, die... Die machen mir noch den Graus irgendwann. Hi. Ah. Habe ich hier? Ne, ich habe hier nicht. Das war die andere Klasse mit der Pistole. Oh, Aktor. Hey, Aktor. Bin zurück, Aktor. Bin zurück. Ah, ich bin auf deiner Seite, Mann. Hi there, Demi. Äh, wer ist das? Ist das der, äh... Der Wolf-Trackster-Maxster? Ich glaube schon. Muss ich ihn gleich begrüßen. Äh, hi. Ne, nicht ho. Bin ich der Weihnachtsmann. Nur Teilzeit. Woo. Ähm, jo. Ne, ich habe dich gar nicht begrüßt, Obers Grausam, aber du kannst es doch auf dich beziehen. Hi, Obers Grausam. Ich habe dich persönlich begrüßt, nicht im Chat. Das ist, das ist viel ehrenvoller. Und ich muss euch warnen, Leute. Ich habe den Dämpfer immer noch. Also, nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht, äh... Uchiha Reaper. Aktor, ist so bad, Demi. Nein. Nein. Nein, das... Nein, jetzt kommt. Nein, das... Nein, das kann man so nicht sagen. Hm, also wirklich nicht. Falsche Entscheidung. What? Seriously? Gott, verdammt. Ja, ähm, ich glaube, selbst wenn ich mir die letzten Bullshit-Klassen erstelle, lasse ich trotzdem diesen, ähm, diesen Dämpfer raus. Weil der Dämpfer, das ist nicht mehr Bullshit, das ist einfach nur noch... Ähm... jenseits von Gut und Böse ist das. Das ist jenseits von Bullshit, jenseits von Skill. Hi you, hi you, Fetty. What? Fetty? Ja! Ich kann mich porten, weil ich so fat bin! Ich mach das Raum-Zeitgefüge kaputt. Oh shit. Braune Hilfe, Fetty! Jetzt komm her! Friss meinen Dämpfer! Yeah! Ähm, Punt, denke ich mal. Okay, ähm... Jowei. Suicide's already, Leopiedere. Ach ja, Arctur ist ja ein, ein, eine King im, im Wortspielen. Aber zum Glück ist er grad so ein bisschen auf den fixiert und, ähm, ähm, lässt mich in Ruhe. Ja, aber ist mir auch egal. Arctur sollte man einfach ignorieren. Boah, ouch. Oh mein Gott. Es sei denn, der greift dich an! Dann nicht! Aber ich meinte eher so im Chat, natürlich. Ja, ähm... Du bist nicht mal besser in deinem Team, Arctur. Du bist, du hast 1 zu 3, Arctur. Sogar der Level 13 ist besser. Der Xeldu. Der hat mich auch schon gekillt. Daddy? Haben wir Daddy? Sieht so aus. Ja, ich weiß. Das hast du bereits erwähnt. Yes. Jetzt hab ich ihm für all seine zukünftigen Nachrichten, äh, äh, zugestimmt. Leg is Leggy. Danke, Arctur. Bitte, ähm, kannst du mir das erklären? Your YouTube Channel Stichbox. Oh. Oh. Ist so cute. Ist so cute. Hi. Ah! Ich bin kein Bastard. Naja, vielleicht manchmal. Dings. Dings. Man muss ja seine, ähm, ich bin gut, verdammt, auch mal. Man muss ja seine, ähm, seine Fans binden. Das will ich nicht gehört haben. Das war ganz schön gemein. Ah, mein Gott. Hilfe, MC. Wo kommst du denn her? Das war jetzt aber kein Backstabber, oder? Nee, ich glaub nicht. Anstatt auf mich zu feuern, kannst du mal auf die Gegner schießen. Wie wär's damit? Ick, zick, zack, zack, zack. Könnt ihr euch einfach normale Namen nehmen? So was wie Georg, oder sowas. T, all depends, on host, MC. No, it doesn't. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Naja. Trotzdem war's gut. Hat sich gut angefühlt. Ja. Ja. It's a game, with cheaters. Hector. Wie kannst du sowas sagen? Wo wir doch grad in der Aufnahme hier, schon den ersten Cheater gesehen haben. Nobody key of the resides. Oh, je. Hm, Aktor. Hm. Du bist der Einzige, der hier irgendwas interessiert. Ich mein, der Multiplayer ist am Arsch. Er ist schon nix der Hölle gefahren. Hier kann man nichts mehr retten. Hier gibt's nichts mehr zum dran festhalten. Er ist am Arsch. Wer ist er nun? Nein. Hast du grad gespawnt? Ich glaube, ja. Hast du Marlodam? Nö. Dann kommst du jetzt hin. Noob. Hey. Hey, Lassanon. You. Uhi. Nein. Don't do it, Lassanon. Don't do it, please. Hi, hi, hi. Hey, uhi. Hm. Begrüßen sich grad hier im Chat. Die Begrüßungen gehen ab. Was ist hier los? Ich höre Aktor. Nee, es ist nur... Verdammt. Aber, hey. Doch, da ist Aktor. Da. Hallo. Headshot. Gotcha. Damn it. Damn, fam. Damn, fam. Nein. Hm. Wie hat der sich selbst gequettet? Die Granate ist 10... Milliarden Meter neben ihm eingeschlagen. Danke, Aktor. Ich weiß... Ich weiß selbst, dass ich nah dran war, aber das ist das hier Ding hier. Und ich glaube, das Ding weiß sehr genau. Das ist grad... Ah. Was war das denn für ein Schaden? Das war eine Shotgun, oder? Komm her. Aktor. Really is terrible. Wie gesagt, das... Dem kann ich nicht zustimmen. Ich meine, ich schau dir an. Er weiß einfach, was er tut. Los, ob wir es raus haben. Zerleg ihn. Zerleg ihn. Da ist noch einer. Pass auf. Ich snipe ihn für dich. Ja, Schatz. Nein. Der Framework des Todes. Na ja. Okay. Immerhin. Teamwork. Nehme ich an. Teamwork. Yeah. Nice. Kill on Aktor. I saw it. What? Was hast du gesehen? Achso. Äh. Meins. Ja. Danke. Hey. Ja. Mit dem Dämpfer. Bam, bam, bam. Habe ich gemacht. Bam, bam, bam. Und dann noch ein Bam. Ah. Schmerzen. Oh mein Gott. Oh die. Achso. Ich dachte, du wärst da unten. Na ja. Egal. Nehme ich an. Okay. Ahahaha. Hoa. Ju. 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 Das ist ein Wortgefecht hier. Huh. Auf oberstem Niveau. Ich kannte. Ju. Ja. Obers Grausam steigt ein. Yeah. Obers Grausam. Gib sie ihm. Hau rein, Obers Grausam. Dein Argument ist viel besser. Ups. Ich möchte meinen, das war ein Killsteam. Noch einer. Aber vom feinsten. Tut mir leid. E. Zicke, 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 zicke. Aber. Du hast mich vorhin abgeschossen. Das war gemein. Bam. Snipe. Snipe, Snipe. Er ist pump. Äh pump vor allem. Er ist shot. Naja. Egal. Ja. Da hat es der Shit in dir gegeben. Nein. Das stimmt nicht. Achso. Ich will was Grausam. Gotcha. Oh ja. Nicey kind. Hm. Tja. Ich weiß nicht, wer das Wortgefecht hier gerade führt. Es ist ein Hin und Her. Sie nehmen sich nicht viel. I is a getting with you. Oh weist. Okay. Wise. What? Ich komme nicht mehr mit. Sag doch mal. Ich muss mich konzentrieren. Snipe. Yes. Na los. Traut euch. Er ist immer noch da. Jo, ist er. Gott verdammt. Nein. Da kommt ein Freund. Leute. Hat ein Kumpel mitgebracht. Oh my god. You. Hi. Oh. Ah. Effett. Huh. I am only agreeing with you, Obez. That's all. Okay. To my asshole instead. Okay. Hey, ja. Klaus Arschloch. Oh. Das ist ja dein Gesicht. Das tut mir leid. Die Verwechslung, äh. Ne. Ist nicht zu weit entfernt. Nein. Ah. Bleibs jetzt da. And toss my salad. What salad? I like salad. I, 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 I mean love you salad. Wow. Nein. Nein. Kille dich. Nicht selbst. Ich sag's dir. Ass shot. Side ass shot. Nice. Der Chat explodiert. Schön zu sehen. Man sieht den halben Bildschirm nicht mehr, wenn der Chat so abgeht. Mein Gott. You see the crazy, like, read the four hours. Hey. Hey. Das ist aber unfair jetzt. Oh. Oh, ja. Ich hab' überhaupt nicht genug gespielt. Gar nicht. Was gibt's da zu nennen? Und Uchiha Reaper ist raus. Nein. Mein bester Freund. Wir haben so viel Story. Geschichte. Autsch. Schmerzen. Du hast den Tisch angezündet, aber macht nichts. Das Laken ist, äh, mit einer Gummischicht beschichtet. Das verbrennt nicht so schnell. Wow. Was zur Hölle? Oh, wir haben gleich gewonnen. In 3, 2, 1, 1, 1, 1. Oh. Der lieb. Nein. Oh, der hätte ich bekommen. Aber auch gut. Headshot mit Arctur. Schön. Alter, oberste Grausame ist im Rage-Mode. Ich glaube, er, ähm, er parodiert etwas. Die äußerst eloquente Ausdrucksweise von Arctur. Aber auf so ein Level kann er natürlich nie kommen. Er kann es nur, er kann es nur, ähm, karikieren. Aber auf das gleiche Level wird er niemals kommen. Niemals. Denn Arctur, Arctur diskutiert, diskutiert. Ihr seht ihr, ich kann gar nicht sprechen. Mir wird zu blöd. Diskutiert auf einer viel höheren Ebene als wir. Das, äh, ist von unserer Artikulation nicht zu erwarten. Möchte ich meinen. Und was machst du? Du bist der randomigste Typ, den es gibt. Schießt mit deinen Zielsuche-Raketen auf mich drauf. Naja, was geht? Was ist jetzt schon wieder? Can I use the picture of your stupid? Ja. Ich bin sehr gespannt. Girlfriend von Facebook. Naja. Tut ja keinen Zwang an. Ich meine. Ask my picture here, please. Was hast denn du jetzt für eins? Mein lieber Arctur. Bin hier sehr gespannt. Oh, John Henry ist noch offen. Igitt. Wow, Arctur. Ich muss sagen, es, äh, die Farbgebung, die vorhanden. Und, äh, so viele Namen hast du gehabt? Na gut, ich habe auch noch Red Inscriber. Das ist auch der beste Name auf der Welt, also. Ja. I saved all of him before you deleted your page. Das glaube ich, dass er das gemacht hat. Oh man, Arctur, das ist echt. Warum spiele ich eigentlich? Ich wollte eigentlich aufhören. Naja, egal, komm. Eins machen wir doch. Vielleicht kackt's ja auch wieder ab. Dann, äh, können wir uns uns eh schenken. Aber, hey. Eins geht schon noch. Ich sag's euch, Arctur, das ist so ein, das ist der größte Spaß, der hier rumläuft. Oh Gott, soll ich die mal wieder nehmen? Ja, komm. Mir ist scheißegal. Komm. Scheißegal. Ja, no. Yeah. Nein. Nein. Hoff, Trackser, Maxer. Wo ist er hin? Ich glaube, ich werde das da oben zerstören. Oder? Na, ich habe keine, ähm, keine Sabotage. Und Arctur wirft Fässer. Juhu. Nice. Dann, ähm, entfernen wir die doch mal. Nope. Autsch. Die Frame Drops. Aber ja, hätte ich eh nicht geschafft. Wie denn auch. Und Arctur findet irgendwas lustig. Wahrscheinlich ist er gestorben. Kann ich mir gut vorstellen. Alter, was ist mit diesen Frame Drops los? Nein. Nein. Tu es nicht, Geschütz. Dies? Wow. Goddammit. Nicht diese Kombo. Warum? Ja, er war fast tot. Und Resurrection auch noch. Ich glaube es ja nicht. Na ja. Na ja. Na ja. Hey. Headshot. Nein. Denke nicht. Alter, diese Crossbow ist so stark mit dem Chance-Upgrade. Leider. Habe ich hier. Ich habe hier. Leider, ähm, ziemlich langsam. Aber hey. Oh. Gut gemacht, Arctur. Oh, ist dein Fass. Das wirst du nicht benutzen. Hey. Nein. Failed. Yes. Nailed. Totgenagelt. Und Obers Grausam kennt keine Freunde mehr. Obers Grausam ist auf dem U-Trip. Und wenn man da einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus. Das sage ich dir. Wow. Oh, schon wieder. Autsch. Das, ähm, waren Schmerzen. Und da war ein Bolzeln neben drin. Habe ich den getroffen? Eigentlich ja nicht. Und ich glaube, der könnte das, ähm, das Schnellfeuer haben. So viel Schaden, wie der macht. Hi. Gott, verdammt. Ich treffe den nie. Na ja. Nailgun killt ziemlich schnell, zum Glück. Uhu. So. Der ist der wieder 4. Das heißt, der hat keine Mordedamm. So. Jojojo. MC. Oh, voll daneben. Oh, jups. Gut gemacht. Nein. Ich kann gerade... Ja. Das war nicht so schlau, da durchzulaufen. Aber ich dachte, vielleicht zieht er mich nicht. Naja, dem war nicht so. Dem war nicht so. Und, ähm, Arctur hat den Daddy nicht. Das ist mysteriös. Aber ich habe die Daddy klasse. Verdammt nochmal. Nein. Oh. Nein, ich denke nicht. MC. Auch wenn du... Auch verdammt nochmal. Ja, okay. Ähm, Hilfe. Zu viele Explosionen. Oh, nein. Natürlich. Ich denke mal, das war es wert. Ach ja, Telekinese und die Shotgun. Nein, nein, nein. Das ist gar nicht cool. Gar nicht cool. Und Geschütz geht übelst ab. Oh. Dann können wir jetzt Schaden zufügen hier. Alter, macht das Schaden. Wie Schaden das macht. Komm, einen kriegt er noch. Jawohl. Und Arctur geht mal wieder richtig ab, dass er es am besten kann. Nämlich gar nichts, außer rumragen und fluchen und Bullshit erzählen. Hilfe. Daddy hat es auf mich abgesehen, glaube ich. Aber da ist er. So. So. Und nein. Dammit. Natürlich. Das hätte mein Kill sein sollen. Wisst ihr, wie viele Bullshit ich für den verschwendet habe? Das wäre schon meiner gewesen, du. Das war ein bisschen random mit den Bienen, aber hey. Und Arctur haut da einfach rein. Oh. Effer. Oh mein Gott. Ah, das, na, na, nee, das, na, das war, na, das, das war, glaube ich, nicht so gut. Wisst ihr denn, da waren, äh, so ein paar mehr als einer und, ah, ja, ihr habt mich schon ziemlich zerlegt. Ich glaube, ich gehe da besser nicht raus. Wow. Ich würde ja irgendwen snipen, wenn ich es könnte. Ah, nein. So nah dran. Komm, den hole ich her. Nein, natürlich nicht. Natürlich, was, so werde ich hier nicht verbrennen. Niemals. Und deswegen habe ich Sprint dabei. Ja, 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 ja. Komm her. Naja, aber Single ist ja auch. Naja, man ist frei und hat hier so und, und so. Erstschot. Nein, dammit. Gott, die Ultratubes. Jetzt habe ich ein Problem. Oh, ich bin safe. Puh. Hast du das gesehen? Ragnar, Ragnar. Ich bin da irgendwie rausgekommen. Irgendwie habe ich das gefragt. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung warum und wieso und weshalb. Aber. Hallo. Ich will keinen Treffer auf denen. Hilfe. Ah. Ah, hilft mir. Irgendwer. Okay, habe es schon. Kein Problem. Alles im Griff. Ach ja, die Negan. Ah, das ist das. Naja, naja. Aber hey, äh. Ich hätte vielleicht nicht in die Gegnerbase flüchten sollen. Das war nicht so. War nicht so. Aber es kann besser werden. 4 zu 7. Harte, ich packe ja gar nichts. Bist du jetzt stolz auf dich? Das hat sich besser angefühlt, als das wirklich ist. Komm her. Natürlich nicht. Die Waffen kindert auch nicht schnell. Jo. Komm her. Habe ich dich. Tomski. Du bist mein Favorite-Spieler. Oh, du bist auch cool. Nein. Und deswegen hasse ich den Granatwerfer. Ich glaube, ich nehme die hier. Vielleicht soll es da etwas besser. Ach, scheiße. Das ist ja gleich vorbei. Wow. 5 zu 8. Equity. Wow. Ne, wir spielen jetzt kein Stöckchen. Holen. Niemals spielen wir das. So. Ich bin trotzdem ein bisschen in Bedrängnis hier. Alter, dieser Sprint. Oh, da habe ich halt die Schock angezuckt. Aber nein, 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 das war, das war, das war nicht. Na. Das hätte mein sechster Case sein können. Hätte ich auf 6 zu 8 ausgeglichen. Also fast ausgeglichen. So ein bisschen halt. Und dann snipe ihn ab. Nein. Dammit. MC. Gott. Leckert sich darüber. Ich kriege nur Assists. Ich wette, ich habe mehr Assists als Case am Ende. Passt nur auf. Watch it. I tell you. Oh mein Gott. Oh. Wait, thank you. Was it necessary. Tja, das war natürlich etwas unglücklich jetzt, aber ich denke mal 5 zu 10, das ist solide. Das kann man lassen. Oh, dich hole ich noch. Vielleicht morgen. Komm wieder. Mitten in der Luft. Tja, 5 Kills, 8 Assists und 10 Kills. Alter. 8 Assists. Alter. Und keiner hier hat wirklich irgendwas gerissen. Wow. Das war nochmal zum Abschluss hier richtig gut. Muss ich sagen. Und ich würde sagen, so kann man es gut beenden. Das lässt Lust auf mehr. Nicht wahr? Wenn jemand so gut ist. Hä, Leute, fickt euch. Oh, ist der Akto raus? Ne, ist noch da. GG. Ja, voll. Kann ich bitte raus? Wenn dauernd irgendwas im Chat aufploppt, kann ich nicht raus. Ja, ich würde sagen, danke Barbara, dass du hier dabei warst. Ich meine, du hattest keine Wahl. Ich habe dich gezwungen, aber... Ja, ich habe dir diese Maske aufgezogen, weil das steht hier völlig. Aber schau, du durftest deine Bratpfanne behalten, also beschwere dich mal nicht, ja? Barbara! Aber! Nächste Ab! Gar nichts für jetzt, Barbara. Okay, ähm, ich hoffe, euer Bioshock-Hunger ist jetzt wieder etwas gestillt. Ich weiß, es, äh, ist sehr wenig geworden mit Bioshock, aber ich brauche wirklich dafür so viel Lust und so viel Motivation und vor allem auch Zeit, denn ihr seht ja, die Matches brechen sehr oft ab, da muss ich immer warten. Wenn ich dann gleich rejoine, dann kriegt das Spiel ab, dann muss ich die Aufnahme neu starten und so weiter und so fort. Das braucht mit Abstand am meisten Zeit, sogar mehr Zeit als Isaac Runs teilweise und das ist, ähm, schon ein ganzes Stück. Deswegen habe ich jetzt mal hier, ähm, ja, ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um wieder aufzunehmen. Dafür sind die Bioshock länger, habt ihr mehr davon, denke ich mal, als jetzt 10 Parts oder so, obwohl ich könnte das eigentlich machen, ich könnte so 20 Minuten Parts machen, aber, ja, wenn sie es notiert, ich schau mal, wie ich das machen will, dann vielleicht, vielleicht mache ich das so. Das sehe ich dann, nicht wahr? Ja, und ihr auch. Okay, dann würde ich sagen, ähm, Leute, bleibt mir gewogen. Und, ähm, glaubt mir mir daran, dass dieser Multiplayer noch einige Zeit leben wird auf dem Kanal hier, denn, ähm, ich weiß nicht, was damit werden soll. Irgendwann, irgendwann, ich weiß, es hätte eigentlich schon nichts passieren sollen, aber irgendwann wird auch die Zeit kommen, wo dieser Multiplayer nicht mehr das bietet, was ich mir von einem Spieler hoffe. Eigentlich hoffe ich mir hier gar nichts und, äh, nicht mal das erfüllt er, aber, ähm, ihr wisst, was ich meine. Also, irgendwann wird es ein Ende geben. Irgendwann werde ich keine Lust mehr drauf haben und dann wird er in einen Ruhestand versetzt und dieser Ruhestand könnte auch dann irgendwann zur völligen Beendigung, ja, ausarten. Aber das ist hoffentlich noch in ferner Zukunft. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Momentan habe ich schon noch Lust drauf, aber man weiß nie, was passiert, nicht wahr? Und manchmal gibt es schon so erste Anzeichen dafür. Aber ich will jetzt nicht zu viel Sorgen machen, zu viel Drama veranstalten, sondern, ähm, ja. Bleibt dran. Bleibt. Stay und stay tuned, wie man so schön sagt, in Amerika. The beautiful America of the United States of America. And, äh, please subscribe and make, you know, make a fake account and then subscribe again. And then you, ähm, like my video, you know, with all your accounts and you write a comment in which you say, äh, Dekuty, you are the best, äh, kiss from me. And then you, you, you log in your fake accounts and like this comment so it, it becomes top comment and then you have done all your duties and can watch my videos for free, you know. This is how it works. I don't know if anyone is still listening to this shit here, but, äh, I will end it now. So, äh, thanks again for watching and I will see you in some stupid shit I will be doing sometime in the future, like the Hamtaro, the Hamster game, you know, or the ESA Ark or the, äh, Bioshock here, you know. Okay, I, I should really das beenden jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!